Hey Leute, Lisa, Bobby und ich machen heute eine mega coole Lucky Block Challenge und am Ende gibt es 100 Diamanten zu gewinnen. Und denkt dran, Glas mitzunehmen, falls die Lucky Blöcke uns wegsprengen. Gute Idee, ist in der Truhe drin. Juhu, es kann losgehen. Drei, zwei, eins, let's go! Ich komm hier als erster an. Ich bin gespannt, was im ersten Lucky Block ist. Oh nein, ich brenne, ich bin in Lava. Oh nein, ich bin direkt gestorben am Anfang. Boah, Lisa, guck mal, was hier bei mir aus dem Lucky Block gekommen ist. Das sieht aber schön aus. Was ist bei dir rausgekommen? Ich glaube, es ist ein Tintenfisch. Oh nein, Lisa, das ist doch kein Tintenfisch. Das ist der Kopf vom Enderdrachen. Bei mir sind böse Villager aus dem Lucky Block gekommen. Sie töten mich. Pass auf, Bobby, nein, du bist runtergefallen. Oh nein. Oh Mann, ey, wie unfair. Ich hab gar keine Chance, weil ich noch kein Schwert hab. Aber jetzt schubs ich ihn runter. Yeah, geschafft. Sehr gut, Bobby, du schaffst es. Jetzt schubs ihn runter. No, ich muss ihn hier... Oh nein, ich bin wieder gestorben. Okay, Bobby, komm, du schaffst es. Yeah, er ist runtergefallen. Juhu. Oh, was ist denn hier drin? Oh, ein Skelettschädel. Das ist ja eklig. Lisa, schau in den nächsten. Pass auf, da sind Zombies. Hilfe, brenne Zombies. Lauf. Hilfe. Max, lass uns mit dem Glas zu Lisa bauen. Dann können wir ihr helfen. Ich hab doch noch gar kein Glas. Das hättest du dir aus der Truhe mitnehmen müssen. Lisa, warte, ich komme. Hilfe, Hilfe. Oh, sie sind weg. Sie sind weg. Alles gut und danke, dass ihr mir helfen wolltet. Ich glaube, ich hol mir auch mal Glas. Dann baue ich mich das nächste Mal ein. Sehr gut, Lisa. Okay, weiter geht's. Ich mache den nächsten Block auf. Was habe ich denn... Hä, was ist das denn? Eine Eisenpferderüstung. Okay, Bobby, was ist bei dir drin? Okay, ich schau mal nach. Was ist jetzt los? Wo seid ihr? Oh mein Gott. Ich wurde in die Luft geschleudert. Lisa, hier sind wir. Alles gut. Oh, das war ja komisch. Ihr wart plötzlich einfach weg. Ich habe alles verloren, was ich in der Hand hatte. Okay, weiter geht's. Hey. War bei dir was drin, Lisa? Ich weiß nicht. Irgendwie qualmt es komisch um mich rum und ich kann mich nicht mehr so gut bewegen. Oh je, du bist ja ganz langsam. Du bist ja in Zeitlupe. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt ist es wieder normal. Schnell der nächste Block. Und? Was war das? Zwei Eisklumpen. Aber das reicht doch gar nicht für einen Schneemann. Oh je. Okay, weiter geht's. Vielleicht finden wir ja noch einen Kürbiskopf. Hä, ich habe noch einen Raussanisch. Bobby, weiter. Und? Was ist hier drin? Ah, ein Eisenhelm. Den kann ich mir aufsetzen. Ich habe einen Eisenbrustpanzer. Hey, wie cool. Jetzt seid ihr auf jeden Fall vorbereitet, wenn die nächsten Zombies kommen. Ja. Ja, dann können wir dich retten, Lisa. Okay, mach weiter auf. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lisa, pass auf. Das war ein Blitz. Du brennst, Lisa. Au, au, au. Hat jemand Wasser? Nein, aber sie ist schon wieder gelöscht. Es hat aufgehört. Das tat ganz schön weh. Das glaube ich dir. Oh nein, wieder Zombies. Oh nein, oh nein. Max, ich komme zu dir. Locken wir sie hier einfach hoch? Oh nein, ich bin runtergefallen. Ah. Oh nein. Oh nein, ich bin auch runtergefallen. Wir brauchen unbedingt Schwerter. Ich habe die Zombies erledigt. Sehr gut. Hey, die sind einfach weggespawnt. Das war eine Lüge. Na ja, fast würde ich sagen. Ja, das kommt doch nur auf das Ergebnis drauf an. Genau, Lisa. Da hast du recht. Oh, ich habe ein Schwert. Lisa hat ein Schwert. Ich habe ein Schwert gefunden. Wie cool. Das leuchtet sogar. Es ist ein Eisenschwert. Hey, ihr seid ja schon voll weit da hinten. Lasst mich mal den nächsten Lucky Block kaputt machen. Oh, Eisenstiefel. Die ziehe ich mir direkt an. Mein Eisenhelm ist ja leider weg. Mega Bobby. Okay, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, denn einer von uns kriegt ja am Ende die Diamanten und die bekommt nur der, der am schnellsten durch ist. Deswegen mache ich jetzt einfach schon mal wieder einen auf. Hey nein, ich bin doch dran. Das ist aber gemein. Bei mir war gar nichts drin. Okay, dann mache ich hier auch schon mal weiter. Was ist das denn? Oh, da ist leider nichts drin. Schnell weitermachen. Ich habe einen Zombie-Kopf. Oh mein Gott. Okay, ich mache auch einen auf. Nein, schon wieder ein Zombie. Ich habe doch noch gar kein Schwert. Lisa könnte dir jetzt helfen. Ich laufe. Max, pass auf. Ich laufe nicht, dass der Zombie dich tötet. Lisa, komm, du hast doch ein Schwert. Ich beeile mich ja schon. Ich bin nur irgendwie total langsam. Okay, dann mache ich hier schon mal den nächsten Lucky Block auf, während Lisa sich Glasblöcke aus der Tour holt. Was war das denn? Hey, ich habe Schüsseln bekommen. Was ist denn da drin? Da ist nichts drin. Na toll, kannst du dir auf den Kopf setzen. Oh, ich habe Diamantstiefel bekommen. Ich sehe so cool aus. Mega siehst du aus. Sehr gut. Was machst du denn hier? Hast du eine Brücke gebaut? Ja, damit ich dich das nächste Mal schneller retten kann. Oh, das ist lieb von dir, Lisa. Hey, Lisa, du hast einen Block ausgelassen. Du schummelst. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Das war gar nicht mit Absicht. Das sagen sie alle. Achtung, Lava. Oh nein, Lisa ist in die Lava gefallen. Max, Max, guck mal, ich mache schon den nächsten Block kaputt. Wieder eine Schüssel. Sag mal, wer will mich hier eigentlich veräppeln? Hier hast du ein bisschen verrottetes Fleisch. Vielleicht kannst du das da drin kochen. Haha, sehr lustig, Max. Boah, ich habe ein Schwert bekommen. Guck mal hier. Das gibt es doch gar nicht. Du bist ja jetzt schon richtig gut ausgerüstet. Also musst du uns jetzt retten kommen. Glaube auch, Lisa. Ich habe zwar keinen Glas dabei, aber gut. Ich habe auch wieder ein Schwert. Mann, ihr bekommt so coole Sachen. Ich schaue mal, was bei mir drin ist. Ja, eine Eisenrüstung. Ich habe Milch. Mhh, ist die lecker. Lisa, willst du auch Milch haben? Ich tausche gegen einen Zombie-Kopf. Äh, okay. Hä, was ist das denn für ein Tausch? Hä, das ist doch voll cool. Ich habe jetzt einen Zombie-Kopf. Den kann ich hier hinsetzen. Dann erschrecken sich die Zombies, die gleich rauskommen. Also, ich finde, Lisa hat den besseren Deal gemacht. Oh, ein verzauberter Goldapfel. Den musst du dir aufbewahren, Bobby. Der macht dich doch ultra stark. Voll cool. Der hilft nur bestellen. Hilfe, Hilfe. Oh nein. Es hat schon wieder geblitzt. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Zum Glück habe ich meine Zauberstiefel an. Oh je. Oh, guck mal. Ich habe auch einen Kristall. Oh, ich habe noch mehr Milch gefunden. Wollt ihr auch Milch? Und ich glaube, ich habe das Wetter verändert mit meinem Lucky Block. Was? Ja. Oh mein Gott, es regnet. Ich habe Goldschuhe. Willst du Goldschuhe haben? Hey, was ist denn eigentlich mit mir? Ja, du hast doch schon Schuhe, Bobby. Oh mein Gott, was hat Lisa da gemacht? Ich weiß nicht. Okay, seltsam. Guckt mal, ich habe jetzt endlich auch ein Schwert bekommen. Aber ich muss sagen, irgendwie bin ich ein bisschen weiter als ihr. Hey, wie unfair. Jetzt muss ich mich aber auch beeilen. Bei mir ist auf einmal alles dunkel. Du bist ja in einem Obsidianblock gefangen, Bobby. Wie willst du denn da wieder rauskommen? Was? Oh nein, ich ertrinke. Was? Oh nein, das geht doch nicht. Alles ist dunkel. Ich verliere meine Herzen. Komm da raus. Wir können ihm aber nicht helfen, Lisa. Das ist so gemein. Egal, wir machen schnell weiter. Es ist ja immer noch eine Challenge, ne? Hehe, nächster Block. Aua? Hier ist alles voll mit Wasser. Ui, ich glaube, das sind... Aua! Das sind Kugelfische, Lisa. Pass auf, die sind giftig. Aua, 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 ich merke es. Aua, aua, aua. Aber sehr gut, du hast sie runtergeschlagen. Max, Max, ich bin wieder da. War ich etwa in diesem Obsidianblock gefangen? Ja, Bobby. Oh, heftig. Da drin war alles dunkel. Aua, aua, aua. Huch, guck mal, hier ist alles voll mit Kühen. Lisa, was ist denn mit dir los? Ich habe mich schon wieder vergiftet an dem Block. Oh, nein. Die Milch hilft wenigstens ein bisschen. Und ich habe Pilzsuppe. Oh, wie lecker. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Vielleicht kriege ich ja gleich auch noch eine. Ich habe hier nur meine Kühe. Ich habe goldene Karotten bekommen. Wie geil. Guck mal, Max, ich habe auch ein Skelettschädel platziert. So wie du vorhin. Oh, ist die lecker. Der sieht echt cool aus. Was ist bei dir los, Lisa? Ich bin schon wieder in so einem komischen Block gewesen. Oh, Mann, ey. Oh, nein. Bei Lisa kam ein Enderman. Bobby, Vorsicht, der ist bei dir. Ich habe ihn auch gesehen. Bloß nicht anschauen, Lisa. Guck dem Enderman nicht in die Augen. Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? Ich glaube, er ist weg. Oh, nein. Bei mir ist eine Spinne. Drei Spinnen. Oh, nein. Kugelfische. Max, hast du ein Schwert und kannst mir helfen? Die Spinnen kommen. Ich muss hier selber kämpfen gegen die Kugelfische. Was ist denn los bei dir? Hier sind drei Spinnen. Ich habe leider keine Blöcke, um mich rüberzubauen. Ich mache noch schnell ein paar Lucky Blöcke auf. Vielleicht kriege ich noch was. Ich bin unterwegs. Hier, ich baue die Brücke. Oh, nein. Bei mir sind auch Spinnen. Verdammt. Okay, ich versuche es. Geh weg, Spinnen. Geh weg. Die Kuh kommt auch zu Hilfe. Yeah, du hast die erste Spinne gekillt. Ich komme auch helfen. Du doofe Spinne. Juhu. Yeah, danke, Lisa. Gerne. Hallo, ich habe auch geholfen. Danke, Max. Oh, ich habe Schneebälle. Schneebälle? Oh, ja. Werf sie auf Bobby. Hey, warum denn auf mich? Hey, ich gehe hier wieder rüber zu meiner Kuh. Komm. Oh, nein. Ich habe die Kuh getötet. Das war aber nicht nett. Bobby, was machst du denn? Du bist im Spinnenleben gefangen. Das ist ja widerlich. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Richtig eklig. Ich will ja nichts sagen, Leute. Aber ich bin irgendwie ein bisschen weiter als ihr. Was ist das denn? Max ist in Führung. Wie weit bist du, Lisa? Moment. Ich habe Schuhe gefunden und die möchte ich noch anziehen. Ach ja, Frauen und ihre Schuhe. Ich mache mal weiter. Oh, nein. Was ist los, Lisa? Da war plötzlich ein Loch. Oh, nein. Bist du einfach runtergefallen? Ja. Und jetzt sind alle meine Sachen weg. Oh, Mann. Wie unfair. Okay, komm. Komm, ich gebe dir was ab. Ich habe hier noch ein Schwert übrig. Ich habe hier erstmal Goldstiefel für dich, ein Eisenschwert und eine goldene Karotte. Oh, danke schön, Max. Das ist so cool. Kein Problem. Total lieb von dir. Für dich immer, Lisa. Oh. Hey, was flirtet ihr denn da hinten rum? Ich mache erstmal das Loch hier wieder zu, bevor ich da nochmal reinfalle. Das war echt doof. Besser ist das. Ich komme, Bobby. Schau mal. Hallo. Lisa, willst du dir auch mal die Hunde anschauen? Ja, ich komme rüber. Ich habe einen Smaragdblock gefunden. Was? Einen Smaragdblock? Ja. Der ist ja fast mehr wert als das Preisgeld, was wir hier bekommen. Oh, wie süß. Süß, oder? Für welchen wollen wir uns entscheiden? Können wir nicht alle nehmen? Leider nicht. Ich habe nur fünf Knochen und ich glaube, die brauchen wir auch, um einen Hund zu zähmen. Such du dir einen aus, Bobby. Dann nehmen wir den mittleren. Yeah. Hallo, du. Wie heißt er denn? Hm. Was haltet ihr von Herbert? Das ist aber ein komischer Name für einen Hund. Da hast du recht. Vielleicht seid ihr da kreativer. Frederik. Hä? Das ist auch ein komischer Name für einen Hund. Ey, dann gib du ihm doch einen Namen. Aua. Ich habe ja nicht gesagt, dass komisch schlecht ist, aber Frederik. Er ist genauso merkwürdig wie Herbert. Weiß ich nicht. Nennen wir ihn Herbert. Letztendlich hat Bobby die Hunde gefunden. Also wäre es ja passender, wenn er den Namen aussucht. Na gut, dann nehmen wir Herbert. Sitz, Platz, Fuß und komm mit. Und ich gehe ganz schnell weiter in meinen Parcours, denn es muss hier weitergehen, Leute. Okay, weiter geht's. Ich will schließlich die 100 Diamanten gewinnen. Guck mal, ich bin schon am Ende der Stufen. Du hast doch geschummelt. Nein, ich habe mich einfach nur beeilt. Und außerdem hilft mir ja Herbert. Leute, ich glaube, wir müssen hier runterspringen. Oh mein Gott, ist das hoch. Oh, Moment, eine Box habe ich noch. Und was war drin, Lisa? Ich habe wieder komische Blubberblasen um mich rum und bin ganz langsam. Ey, die Kuh hat mich runtergeschmissen. Schaut mal, Leute. Du hättest, glaube ich, direkt auf die nächste Plattform springen müssen, Bobby. Oh Mann, wie doof. Herbert ist aber mitgekommen. Was mache ich denn jetzt hier unten? Ich glaube, ich muss mich hochbauen. Ich habe es auch nicht geschafft. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Du schaffst es. Spring auf das Grüne und dann auf die nächste Plattform, Lisa. Komm. Du musst sie wie ein Trampolin nutzen. Oh, das ist ja lustig. Nein, du hast es leider auch nicht geschafft. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Guck mal, Bobby hat sich hochgebaut. Vielleicht sollten wir das auch machen. Ihr habt alle Glas? Ich komme zu dir runter und werfe dir Glas rüber. Okay, Bobby, danke. Hoffentlich habe ich gleich noch genug. Wie viel brauchst du? Ich glaube, so 10, 12, 15 Stück sollten reichen, oder? Okay, danke, Bobby. Ich denke, das reicht. Ah, was ist hier drin? Ein Creeperkopf. Oh, ich habe eine Rüstung gefunden. Wie cool. Hallo? Leute, ich ertrinke. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh nein, nicht schon wieder. Los, das ist nur Eis. Ich beeile mich hier. Guter Tipp. Danke, Max. Das war ganz schön knapp. Kein Problem, Bobby. Es war nur Eis. Cool. Oh, super, Lisa. Du hast die Rüstung an. Die sieht ja cool aus. Cool, ne? Hey, richtig schön. Wir müssen aufpassen. Seitdem wir hier auf dieser Plattform sind, sind wir alle verzaubert und laufen schneller. Ist euch das schon aufgefallen? Ja, richtig merkwürdig. Aber das heißt ja auch, wir kommen schneller ans Ziel. Also, Beeilung, Leute. Oh nein, aber nicht, wenn man in Spinnenweben gefangen ist wie ich. Oh nein, oh nein. Da waren ganz viele Creeper. Nein, ich sterbe auch. Ich bin in Spinnenweben und ich komme nicht mehr raus. Oh nein, das lief aber überhaupt nicht gut. Bei dir ist ja alles weggesprengt. Ich hatte, glaube ich, drei oder vier Creeper. Oh Mann, ich habe alles verloren. Nein, ich bin in einem... Was war das? Ich war in einem Käfig gefangen und jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Bei mir ist ein Zombie aus dem Lucky Block gekommen. Oh, zum Glück hast du Herbert. Ja. Ja, ich sag doch, Herbert ist eine echte Hilfe und Herbert hat es geschafft. Yeah. Ich habe meine Rüstung Gott sei Dank noch gefunden. Und ich habe einen Schildkrötenpanzer gefunden. Oh Gott, bei mir kommen Skelette aus dem Lucky Block. Das überlebe ich nicht. Oh nein, Bobby. Sie haben dich besiegt. Ja, ich habe es nicht geschafft. Die Frage ist, wie komme ich hier überhaupt weiter? Oh, Max, pass auf. Lisa, ich glaube, Max braucht Unterstützung. Hast du nicht auch ein Schwert? Ich glaube, ja, ich versuche gerade rüber zu kommen und dann helfe ich ihm. Ich habe sie schon besiegt, Lisa. Aber danke für deine Hilfe. Oh nein, ich bin in Lava. Hilfe, verdammt. Oh nein. Ich bin schon wieder in Lava verbrannt. Max, und all deine Sachen sind in die Lava gefallen und verschwunden. Oh je. Es hat wieder gedonnert. Oh mein Gott, Bobby, wurdest du vom Blitz getroffen? Ja, das hat ganz schön weh getan. Aua. Hilfe? Oh nein. Lisa, du bist in einem Eisblock gefangen. Schnell, bau dich raus. Ich befreie dich, Lisa. Danke. Ja, Max. Wir müssen uns ja weiterhelfen. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir dich befreien. Yeah. Komm schnell nach. Ich bin auch hier oben. Komm, wir warten noch auf Lisa. Dann sind wir alle wieder gleich auf, Bobby. Yeah, geschafft. Hui. Oh, das geht aber tief runter. Ja. Ja, das ist ziemlich hoch. Okay, ein extra Sprung. Schaut mal da rein in dieses Loch. Da geht es so tief runter. Wer traut sich? Wer will zuerst springen? Ich. Wuuu. Leute, ist es sicher? Unten ist ein Schleimblock. Aber nein, passt auf. Danach ist ein Loch. Ich bin rausgefallen und gestorben. Oh nein. So Leute, ich bin wieder da, aber ich habe überhaupt keine Ausrüstung mehr. Oh, aber hier ist direkt schon ein Schwert. Sehr gut. Ich habe leider nichts, was ich dir geben kann. Hier ist ein Verzauberungstisch. Wie cool. Hier ist erstmal ein Helm. Der steht dir total gut. Pass auf, Spinnweben. Schnell. Oh, aufpassen, Leute. Oh je. Oh nein, guck mal, wie weit Bobby schon ist. Oh je, schnell hinterher. Ach man, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh mein Gott, die drei Golems. Ja, die sind richtig stark. Ich werfe mal einen Dreizack nach einem der Golems. Das hat nicht so viel gebracht. Oh nein, der ist jetzt noch wütender. Bobby, was machen wir denn jetzt? Oh, guck mal, der ist runtergelaufen, der eine. Warte, vielleicht springt der auch noch. Schupps ihn, Lisa. Schnell. Trau dich, Lisa, du schaffst das. Einmal. Oh Gott. Au, au, au. Oh je, oh je. Oh Bobby, ich glaube, das war eine blöde Idee. Aber ich versuche es einfach nochmal. Dieses Mal schaffst du es, da bin ich mir ziemlich sicher. Yeah, schönes Wetter. Da macht das Wettrennen doch gleich viel mehr Spaß. Bobby, aber lass uns auf Lisa warten, das ist doch unfair. Ja, ich warte noch. Vielleicht rennst du einfach an ihnen vorbei und haust nicht drauf. Vielleicht lassen sie sich dann in Ruhe. Okay, weiter geht's. Ja, ich habe ein Goldschwert. Oh, ich habe eine Diabussplatte. Sehr gut. Schaut mal Leute, bei mir ist ein Diamantenblock aus dem Lucky Block gekommen. Wie cool. Was? Aber hast du auch eine Spitzhacke, um den abzubauen? Nein, aber ich werde der Erste und dann bekomme ich eh die 100 Diamanten. Auf geht's. Oh je, wo sind wir denn jetzt? Wie kommt man denn hier weiter? In irgendeinen der Öfen muss man etwas reintun, damit sich die Tür öffnet. Haha, ich bin schon raus. Das kann auch nicht sein. Wie hast du das denn gemacht? In einem der Öfen ist ein Schalter versteckt. Wenn ihr den neben der Tür platziert, kommt ihr durch die Eisentür. Hey, ich habe doch schon fast alle durchsucht. Ja, dann müssen wir mal genau gucken. Das ist ein ganz kleiner, winziger Schalter. Ich mache hier schon mal einen Lucky Block auf, während ihr das sucht. Ich habe ein verzaubertes Schwert. Oh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Der ist aber gut versteckt. Ah, ich habe ihn auch. Ein Steinschalter ist es bei mir. Haha, Bobby ist rausgefallen. Das hättest du mir auch sagen können. Pass auf, Lisa, nicht, dass du auch rausfällst. Bau dich lieber mit Glas rüber. Jetzt haben wir endlich mal einen Vorteil wieder gegen Bobby. Wow, guck mal. Oh mein Gott, Bobby, wenn du das sehen könntest. Lisa hat einen Riesenturm aus einem Eisenblock, einem Goldblock, einem Diamantblock, einem Smaragdblock und Lapislazuli. Was? Wie heftig. Cool. Der sieht mega schön aus. Ich wünsche dir, den könnten wir mit nach Hause nehmen. Okay, Lisa, schau, was in dem nächsten Block ist. Und? Hä, Erde? Das ist ja blöd. Was ist bei dir drin, Bobby? War nicht viel besser. Kohleblöcke. Ich geh weiter, ich hab ja schon meine Glasbrücke gebaut. Oh, Diamantschuhe. Aua, oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, ihre gesamte Plattform ist verschwunden. Sie wurde schon wieder durch einen Creeper in die Luft gesprengt. Ja, das ist so gemein. Max, guck mal, ich hab passend dazu einen Creeperkopf gerade in meinem Luckyblock gehabt. Okay, Lisa, da bist du ja wieder. Bau dich schnell rüber, damit du weitermachen kannst. Ein TNT-Block ist bei mir gespottet. Oh nein. Pass auf, Bobby. Oh, ich hab den Sprung geschafft. Sehr gut. Schau mal, was bei mir drin ist. Okay. Hä, was ist los? Hä, ich seh alles total nah. Lisa, das sieht aus, als ob würdest du direkt vor mir stehen. Hallo. Hallo, Lisa. Das ist ja komisch. Kürbisse. Der Effekt ist vorbei. Ich seh wieder nochmal. Sehr gut. Guckt mal, ich bin schon im nächsten Turm. Hier musste man wieder einen Knopf suchen, aber ich hab ihn schon. Oh nein, jetzt wird's schwierig. Leute, passt gut auf. Auf der anderen Seite muss man über die Glaskanten balancieren. Über die Glaskanten? Oh nein, das krieg ich doch niemals hin. Oh nein, und ich hab den ersten Sprung nicht geschafft. Jetzt kann ich die ganzen Lucky Blöcke nicht aufmachen und muss unten drunter langlaufen. Das ist ja unfair. Ich hab den Schalter gefunden. Leute, ich find den Schalter einfach nicht. Du schaffst das. Oh, ja, ich hab ihn. Oh Gott, darauf sollen wir balancieren? Diamante, ich hab Diamanten gefunden. Ich hab mir eine Brücke dahin gebaut und jetzt versuch ich's. Pass auf, Lisa. Oh nein. Guckt mal, ich laufe übers Glas. Ha, 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 ha. Hey, Max, du schummelst doch. Oh mein Gott, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin durch. Hier ist das Ende. Ich hab die Diamanten. 100 Stück. Ich hab gewonnen. Ich bin der Beste. Ich teile die natürlich mit euch, Leute. Yeah.